Wie die Wiener Linien über ihre Homepage berichten, gibt es derzeit Verzögerungen aufgrund eines Verkehrsunfalls in der Gebiet von Marchfeldstraße und Leistrasse. bis 930 dauern. Die Wiener Professional Rescue war mit mehreren Teams vor Ort. Der Rahmen des Sprechers Daniel Melcher bestätigte, dass insgesamt vier Personen, darunter der Straßenbahnfahrer, verletzt wurden, vier Personen im Krankenhaus, alle vier Patienten erlitten Blutergüsse und wurden nach einer medizinischen Notfallversorgung ins Krankenhaus eingeliefert. Fuhr Melcher fort, in dem Moment, in dem es immer noch völlig unklar ist, wie der Unfall auftreten könnte. Das wienische Police-Unfallkommando hat die Ermittlungen begonnen. Zuate, in den Moment, in dem Moment Glutenbeck.